Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Richtet nicht, damit ihr nicht verurteilt werdet. Sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Was seht ihr da, den Splitter im Auge eures Bruders und den Balken in euren Augen seht ihr nicht? Oder wie könnt ihr zu eurem Bruder sagen, lasst mich den Splitter aus deiner Augen ziehen, und in eurer Augen ist ein Balken, ihr Heuschler! Ja! Vielen Dank.